Für englisch Subtitles, activate the subtitle button please. Hallo zusammen, heute brauche ich mal eure Hilfe. Ich denke, ich habe vielen von euch schon geholfen. Jeden Tag bekomme ich irgendwelche E-Mails mit Fragen oder mit Stefan, sag mir mal dies, gib mir mal diesen Rat, wie macht mal jenes oder ich habe das Problem. Da helfe ich euch. Jetzt möchte ich mal eure Hilfe. Hintergrund ist, wir brauchen neue T-Shirts. Die wollen wir nicht wieder im gleichen Design machen, sondern wir wollen einfach ein bisschen ein neues Design kreieren. Und da hätte ich jetzt gerne die Hilfe von euch. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit diesem T-Shirt hier, mit dem Check My Balls, die zwei Königspythons drauf. Dann hatten wir dieses T-Shirt hier. Da hatten wir schon unseren Reptil-TV-Fernseher drauf. Natürlich wieder unser Check My Balls. Das war die zweite Generation sozusagen. Unsere neueste Kreation war dieses Jesus Loves Me bzw. My Mom Loves Me T-Shirt. Aber das ist jetzt passé, sag ich mal, bzw. wir wollen jetzt einfach neue Sachen. Dazu wollen wir euer Input bzw. eure ganz konkreten Vorschläge. Seid so lieb, mailt uns euren ganz konkreten Vorschlag. Also mailt uns nicht so nach dem Motto, macht mal was in der und der Art oder ihr könntet ja wenig das und das machen. Wir brauchen wirklich ganz konkret eure Hilfe, euren ganz konkreten Vorschlag. Schickt es uns als, egal ob das jetzt eine professionelle PDF-Datei ist oder ob das ein Foto ist oder eine Zeichnung ist oder irgendwas. Aber es soll ganz konkret das neue T-Shirt darstellen. Wichtig darauf sollte dieses Check My Balls irgendwie in irgendeiner Form mit drauf sein. Das Reptil-TV muss irgendwie mit drauf stehen. Unser Logo-Fernseher, der in dem Reptil-TV-Logo mit drin ist, den kann man mit einbauen, muss man nicht unbedingt. Ob wir jetzt da so einen Spruch drauf machen oder das eher bildlich machen, wollen wir auch euch überlassen. Aber wie gesagt, macht einen ganz konkreten Entwurf, mailt uns den zu. Mit dieser Aktion wollen wir auch nicht irgendwie den Grafiker sparen oder den Designer sparen. Also es geht nicht hier darum, kostenlos von euch was zu bekommen. Wir wollen wirklich eure Ideen bekommen, euer Input, euer Feedback. Das Ganze werden wir natürlich mehr wie großzügig entlohnen. Also den Entwurf, den wir am Schluss nehmen, dem schenken wir 5 so ein T-Shirt. Der kriegt von uns einen Einkaufsgutschein über 200 Euro. Dass er es nicht umsonst gemacht hat und dass ein kleiner Anreiz da ist. Die Entwürfe, die wir von euch kriegen oder die besten Entwürfe, werden wir auch mal auf Facebook veröffentlichen. Dann könnt ihr euch auch mal anschauen, was euch gut gefällt, was euch weniger gefällt. Als Stichtag für das Ganze haben wir den 29. Februar. Dieses Jahr haben wir einen Tag länger Zeit. 2012 ist ein Schaltjahr, also der 29. Februar 2012. Bis dahin wollen wir eure Ideen oder eure Zusendungen haben. Ja, ich freue mich wirklich drauf, bin mal gespannt, was kommt. Und würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn wir viel Feedback bekommen würden. Also dann, bleibt uns treu, checkt my balls und helft uns mit den T-Shirts. Hallo miteinander, wie habe ich jetzt gesagt? Heute brauche ich eure Hilfe. Sitzt. Pass auf, ich sack. Stehen bleiben, machen wir es doch mal, oder? Wie ist denn meine Frisur überhaupt? Jetzt pass auf, jetzt kommt es. Kamera an. Halt meine Frisur. So irgendwie stand ich, gell? Ja, genau. Und dann welche? Jetzt. Komm, das ist auch mal.